Hallo meine Lieben, meine Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz ganz herzlich zu einer Wochenendbotschaft hier für dich. Bevor ich hier starte ein neues Produkt jetzt hier erhältlich für dich und zwar die Kette Ich bin Liebe. Eine wundervolle 14 Karat Goldkette mit einem 14 Karat Goldblättchen, dazu auch einen angefertigten Rosenquarz Anhänger ebenfalls in der Goldaufhängung 14 Karat. Der Rosenquarz beinhaltet die wundervolle Liebe, die in dir ist, noch mehr in dein Leben zu ziehen. Der Rosenquarz steht für die Liebe, für die Romantik, für die Schönheit und für die Partnerschaft in Vollkommenheit. Wird dann einmal, so wie andere Produkte auch im Shop mit ganz ganz viel Liebe für dich dann individuell angefertigt und ritualisiert. Also falls du Interesse hast, ist es ab dem jetzigen Zeitpunkt im Shop erhältlich. Das einmal dazu. Ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Ich starte jetzt mit der Wochenendbotschaft für dich und werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Alle Kartendext findest du in der Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Webseite. Ich werde hier mit dem Magic Tarot von Los Garabeo arbeiten, mit dem Lenormon Deck von Giro Macchetti und mit Amos Botschaften von Toni Caminez Salerno. Ich habe noch nicht alles. Ich habe hier mit einer Schauen, dass du das alles ganz gut sehen kannst. Ich schiebe das hier noch etwas höher. So, meine Liebe, meine Liebe, ich starte jetzt einmal für dich, was möchte ich Ihnen zeigen und schaue dann in Amos Botschaften hier noch für dich hinein. Eine heimliche Liebe, etwas Heimliches zeigt sich hier, entweder kennst du diese Person schon, ich bekomme hier mehrere Szenarien, entweder kennst du diese Person schon oder aber auch, die möchte im Jetzt jemandem begegnen. Etwas wird spruchreif, ein Geheimnis lüftet sich, du erfährst ein Geheimnis, alles das, was in der Vergangenheit noch so im Dunkeln war, zeigt sich jetzt für dich, möchte sich zeigen. Es kommt dir näher, hier kommt dir jemand näher, es wird dir etwas offenbart, ich sehe eine Offenbarung, jemand möchte sich dir offenbaren. Es kann hier auch für ein, zwei Personen, es ist eine allgemeine Erlegung, aber ich sehe hier einen Antrag, ich sehe etwas, was hier in den Vorhaben ist. Es kann sich hier um einen Verlobungsantrag handeln oder aber auch hier möchte eine Hochzeit geschlossen werden, eine Verbindung, also wenn du jetzt nicht in einer 3-4-Ex-Konstellation bist. Angenommen, du bist verlobt, dann zeigt sich hier jemand mit etwas Verborgenen und möchte dir diesbezüglich, hat in den Vorhaben, dir einen Heiratsantrag zu machen. Ja, also das plant hier eine männliche Person, das sehe ich für 1-2 Personen, das ist hier ganz speziell. Des Weiteren eine 3-Ex-Konstellation, 3-Ex-4-Ex-Konstellation, heimliche Verbindung, heimliches Treffen. Vielleicht weißt du gar nicht, dass diese Person noch in einer Partnerschaft ist. Vielleicht weißt du nicht, dass er aber hier in den Vorhaben hat auszuziehen, umzuziehen, in die Veränderung zu gehen. Reisen. Es sind hier Reisen in Planung, aber auch etwas, was du erst erfahren wirst. Vielleicht hast du jemanden noch nicht über etwas bestimmtes, gewisses berichtet, dass du planst, umzuziehen, auszuziehen, in den Süden zu gehen, sehe ich hier. Also es kommen hier größere Veränderungen, was sich jetzt offensichtlich zeigt, was ich offenbaren möchte. Ja, ich gehe hier gleich nochmal auf diese Karten ein. Es zeigt sich hier in der Hauptenergie. Der König der Münzen. Dieser König der Münzen, der hat sich auch in einer Legung gezeigt. Ich weiß jetzt nicht mehr wo. Schau da mal bitte. Ja. Aber es ist hier etwas, dass man hier etwas schüchtern ist, etwas zurückhaltend ist. Und zwar, dass irgendwie die Kommunikation stockt oder gestockt hat. Irgendetwas stockt hier. Ja, man weiß nicht wie. Man weiß nicht, ob es weitergeht. Aber du wirst hier etwas erfahren. Und zwar, warum, weshalb, wieso. Das, was in deiner Frage liegt. Das, was du wissen möchtest. Etwas, was noch verborgen ist. Etwas, worüber man nicht sprechen konnte. Auch nicht durfte. Willst du hier jetzt etwas erfahren? Es ist hier auch etwas, wo man sich zurückhält. Man hält sich zurück, was hier im Heimlichen ist, wo man heimlich auch beobachtet. Es kann sein, dass diese Person beobachtet wird und hier noch in einer Verbindung ist. Davon weißt du aber nichts. Hier muss man vorsichtig sein. Bekomme ich hier rein. Jemand möchte erst etwas beenden und dann wieder hier mit dir in die Kommunikation gehen. Etwas, wo man gerade im Off ist, wo man nicht im Kontakt ist. Es kann hier für den einen oder anderen die Geduldsprobe sein. Etwas hier aber auch nicht einschlafen zu lassen. In der Form, dass du das Gefühl hast oder denkst, hier denkt jemand nicht an dich. Ich sehe, dass diese Person an dich denkt. Es kann auch sein, dass diese Person dich beobachtet. Aber ich bekomme, dass wenn es hier sich um eine Partnerschaft handelt, dass diese Person noch von anderen Personen beobachtet wird. Ihr deswegen jetzt gerade keinen Kontakt haben könntet oder eben nicht diesen fließenden Kontakt. Schau mal, wann ihr das letzte Mal in der Kommunikation eben auch wart. Zumindest plant man hier etwas in deine Richtung. Wir haben die Welt. Es wird hier etwas zum Abschluss gebracht. Dein Gegenüber ist dabei irrelevant, wie du hier schaust, auch wenn du als männliche Person schaust. Die männliche Person ist hier zumindest in dieser Planung und möchte etwas zum Abschluss bringen. Die Mäßigkeit spricht hier auch nochmal von Geduld. Und man hat hier ganz, ganz starke Gefühle, aber man spricht sie nicht aus. Die Gefühle sind im Verborgenen. Man spricht nicht. Du könntest es spüren. Man trägt dich hier schon auf diesem Rosenbett. In Gedanken trägt man dich hier schon auf diesen Rosen. An diesem Gefühlsbad. Hier ist ein Gefühlsbad. Das Bad ist rot. Hier brennt jemand voller Leidenschaft. Leidet auch unter dieser Situation. Man hat sich hier zurückgezogen, aber man schaut nach dir. Ich sehe, dass man hier in den kommenden Tagen sehr, sehr viel klärt. Formelle Dinge klärt. Auch Unterlagen, was es mit einer Reise auf sich hat. Ich sehe hier aber für eine Gruppe, dass hier ein Teil nicht weiß, dass hier noch eine Verbindung bestehend ist. Ja, aber wo keine Gefühle da sind. Es zeigen sich in der Situation keine Gefühle. Es kommt etwas wiederkehrendes auf dich zu. Ich sehe etwas in der Kontaktaufnahme. Ich schaue jetzt gleich, ob das hier binnen diese drei Tage auch stattfinden wird. Was ich hier sehe, ist hier die totale Veränderung bei dem einen oder anderen, zumindest bei dem Gegenüber, wo es auch eben sehr viel um Stabilitäten und Wachstum geht. Hier haben wir noch einmal die männliche Person. Also es zeigt sich hier, dass man sich gerade ganz, ganz viele Gedanken eben auch macht, in den Schwierigkeiten ist. Bewegungsunfähig. Aber man wird hier in die Kommunikation gehen. Wir schauen jetzt hier, ob am Wochenende eine Kommunikation stattfindet. Ich sehe hier so die Unbeweglichkeit, was ich hier zeigen möchte. Diese Karte sollte hier so sein, ist eigentlich hier aus dem zweiten Deck, aus dem anderen Deck. Und ich schaue jetzt hier, wie es da mit der Kommunikation ausschaut. Ich schaue hier nochmal zuerst auf die Gedanken und Gefühle. Hier kann es auch um viel gehen. Ich sehe eine Person ja wie mit einer Krone auf. Krone in Form, aber auch starke Gedanken. Alles das, was im Kopf stattfindet. Es drückt der männlichen Person etwas. Es liegt etwas in der Belastung. Hier sind andere Personen, die hier es nicht gut malen in eurer Verbindung. Hier belauscht jemand etwas. Diese Person muss vorsichtig sein. Also diese Person muss hier ganz, ganz vorsichtig sein. Man wird hier belauscht, auch da es durch das Familiäre ist. Das können Geschwister sein, das können Freunde sein, das kann im Familiären sein. Schau da mal bitte. Diese Person muss aufpassen. Deswegen habt ihr hier wahrscheinlich gerade kein Kontakt oder wenn dann nur eben nicht viel Kontakt. Also es kommt Kontakt, dann kommt irgendwie kein Kontakt. So bekomme ich das hier. Und die anderen Personen, also du wirst hier höchstwahrscheinlich nicht beobachtet, sondern diese Person wird beobachtet und muss ganz, ganz vorsichtig sein. Denn diese Person hat hier nicht wirklich die Zeit auch nach dir zu schauen. Ich sehe aber auch, dass man hier Zeitdruck hat, dass eine gewisse Zeit abläuft. So bekomme ich das hier rein. Auch eine Person, das ist ganz speziell hier so eine Person mit Titel bekomme ich hier. Also ich bekomme immer wieder so die Krone. Jemand hat eine Krone. Sehr vorsichtig muss man sein in dieser Angelegenheit, weil man auch weiß, dass man beobachtet wird. Wir haben hier die vier der Schwerter. Das kann bei dem einen oder anderen sogar so weit gehen, dass da gewisse Bedrohungen stattgefunden haben seitens Familienmitgliedern. Das ist auch wieder ganz, ganz speziell. Ist nicht für jeden, betone ich hier nochmal. Ist für vielleicht zwei, drei Personen. Aber das hier ist eben auch für mehrere. Diese Person wird beobachtet oder man beobachtet euch und deswegen muss man hier ganz, ganz vorsichtig sein. Weil hier steht schon einiges eben auf dem Spiel. Die vier der Schwerter. Man passt hier auf in der Situation, dass auch dir nichts geschieht. Ich bekomme hier auch viel Schutz. Ja, man möchte dich beschützen in dieser Angelegenheit. Eine Karte noch. Man nähert sich. Hier sind ganz, ganz starke Gefühle. Man wird sich hier definitiv nähern. Wir haben den Gefängten und auch diese Karte ist hier letztens einer Legung gefahren. Das kann das Seelengeflüster gewesen sein. Ja, schau mal, da war auch etwas, wo man hier sehr, sehr vorsichtig sein muss und beziehungsweise hier, ich meine, über eine Person da irgendwo da im Schatten auch noch steht. Ja, die Zehn der Münzen sind hier ganz, ganz starke Gefühle und es kommt hier definitiv zu einem Treffen. Und wir haben hier auch das Ast der Kerlchen, das dauert hier noch etwas. Wir haben ganz, ganz intensive und starke Gefühle. Also man verehrt dich hier absolut. Das hat sich schon hier gezeigt, dass man dich hier schon in Gedanken auf den Rosen betet. Ja, also man betet hier schon dieses Rosenbett. Ich schau noch kurz auf die Kommunikation, was hier stattfinden möchte, beziehungsweise auch diese drei Tage. Also es wird hier definitiv ein Treffen stattfinden, aber nicht dem sofortigen. Also es hat sich jetzt nicht heute oder morgen gezeigt und auch nicht übermorgen. Ja. Kommunikation. Es dauert, es braucht Zeit. Geduld. Hier ist die Geduld. Es geht hier viel um Heilung und es geht hier auch um einen Richtungswechsel. Man hat hier gerade sehr, sehr viel vor und man ist hier, wie gesagt, ganz, ganz vorsichtig. Ja. Die wahrliche Person, das bist du hier, ja, oder dein Gegenüber, je nachdem wie du hier schaust, von Frau zu Frau, Mann zu Mann schaust, bewährst, schaust, einversucht, starke Einversucht. Man muss hier vorsichtig sein. Hier ist etwas, auch mit den Vögeln nochmal, dass hier gesprochen wird. Hier, man spricht schon, man redet über euch, man kommuniziert im Verborgenen, deswegen beobachtet man. Vielleicht weißt du auch gar nicht, dass man hier so stark und extrem beobachtet. Ihr beide werdet hier auch beobachtet. Hier geht es generell um Heilung und es geschieht hier über Umwege. Es braucht noch etwas Zeit. Über Umwege wird hier etwas definitiv stattfinden. Das ist hier der Rückzug. Was möchte er oder sie dir jetzt mitteilen? Wir haben hier ein neues Abenteuer erwartet. Ich empfange es mit offenen Armen. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Hier kann man gerade nicht. Hier ist ein Nein. Raskante versuchen, der Schein trügt. Hier geht es um ein Risiko, ein Wagnis. Hier hat jemand Angst, jemand fürchtet sich, was den ganzen Umstand, Zustand beinhaltet. Einmal generell vor den Dingen, wenn man hier noch in einer Partnerschaft ist. Das Ganze ist so risikoreich. In Dingen auch, wo du ein Risiko sein könntest. Den Risiken hier aber, den ganzen, was umherum geschieht, was zwischen euch geschieht. Ist hier alles so auf Vorsicht. Ja? Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander. Vergesst nicht. Liebe ist die beste Heile. Verspieltheit. Leichtigkeit. Ganz, ganz wichtig hier in die Leichtigkeit zu kommen. Hier auch zu vertrauen. Hier sind viele Unruhen. Diese Personen sind unruhig. Du wirst die Unruhe spüren. Es sind Unruhen in den Energien. Aber auch viel Positives. Ja? Es wird Kommunikation kommen. Aber hier ist sehr viel Unruhe. Unruhe macht sich breit. Bekomme ich hier. Ich schaue hier noch einmal mit den Engeln für dich. Ich sehe die Gedanken. Man macht sich hier sehr, sehr viele Gedanken. Starke Sehnsucht. Wir haben hier die Flitterwochen. Genieße die Ekstase eurer festlichen Zeit. Und wir haben hier die Täuschung. Jemand in dieser Beziehung verbiegt sein wahres Selbst unter einer Maske. Hier geht es noch um eine Partnerschaft. Also hier ist jemand noch gebunden. Und vor allem hier sind andere Personen, die zwischen euch sind. Und wir haben die romantischen Gefühle. Deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Hier möchte man sich intensiver kennenlernen. Hier stehen Reisen an. Definitiv. Hier stehen Reisen an. Ausflüge an. Und wenn du hier am Wochenende unterwegs bist, wirst du jemandem begegnen. Das liegt hier. Ja? Jemand zeigt sich mit sehr, sehr viel romantischen Gefühlen. Und da könnte es sein, wir hatten den König der Münzen. Ich zeig dir die Karte hier noch einmal in die Kamera. Was wir vorhin hatten. Da könnte es sein, dass du ein bisschen wegläufst. Ja? Also ich bekomme hier so... Hier kommt natürlich sehr starke Initiative, wenn du hier Single bist. Und dass jemand hier diese starken romantischen Gefühle hat. Und hier kommen dann auch andere Dinge so. Also dieses Intensive, was von Romantik geprägt ist. Dass man da gewisse Anspielungen und auch Andeutungen macht, bekomme ich hier gerade rein. Dass du etwas so dann dich zurückziehst, distanzierst. Ja? Weil hier so, ja, so Wallungen kommen. Dass hier ganz, ganz viel Romantik ist. Ja? Wenn man da flirt ist, bekomme ich hier. Schau mal, was geschehen möchte. Hier ist auch sehr viel Nervosität. Ganz, ganz viel Nervosität, wenn dann hier die Kommunikation kommt. Und wenn es hier losgeht. Ja? Also wenn man auf Reisen geht. Wenn man sich trifft. Wenn man in der Gemeinsamkeit hier ist. So meine Liebe, meine Liebe. Ich wünsche dich hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft für dich umarmt. Bis dahin.